Yo, 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 was geht ab, meine Lieblingsfreunde, willkommen zu einem neuen YouTube-Video, diesmal wirklich mit einem krassen Spiel, ich hab das wirklich nicht so erwartet, ich laber nicht viel drumherum, viel Spaß mit dem Video und, oh Mann ey. Play. Yeah, but overall it's good. Ich glaub, das ist wieder so ein Backrooms-Game, ne? Link and Maus as you interact, they're waiting, they're watching, they're waiting, they're watching, they're waiting. News 2. Hey, sind gerade Aliens gekommen? Ah, okay. Rebeca! Rebeca! Sie geht nicht ran. Ne, da klingelt nebendran ein Telefon. Ihr Telefon klingelt. Da vorne, ich hör's doch. Oh Mann, Digga, das Spiel ist irgendwie ein bisschen zu ernst. Boah, wie gut gemacht. Okay, wir hatten einen Autounfall. Wir suchen Rebeca. Bro, das, ich hab keinen Bock auf sowas, Digga. Ich wollte heute eigentlich nur Scheiße machen. Rebeca, wer, wer, wer are you? Wer are you, Rebeca? Rebeca war im Auto, Digga, die ist einfach explodiert. Ey, wie gut war das? Ey, das sah episch aus. Junge, das Spiel ist krass. Okay, das muss ich ernst spielen, Chat. Oh, fuck. Was ist da, Mann, ey? Ach, du Scheiße, Alter, es ist... Ja, das ist 20 von Tim. Wir laufen weiter. Uuuuh. Holy shit. Einfach ein Titan. Alter, das ist krass. Das ist ein gutes Spiel. Wir machen weiter, ey. Ich hab übelst Angst gerade. Ich mein's gerade ernst, wirklich. Beruhigt euch, bitte. Ich bin nur hier, um Rebeca zu suchen, Mann. Was ist denn da? Hallo? Oh Gott, ich hab ein kleines... Ja, scheiße. Ich bin am Arsch. Ich glaube, das war's mit mir gerade. Ah, soll ich vorlaufen? Oh, oh. Hallo? Ich kann mich nicht bewegen. Ich renne. Oh mein Gott, Alter. Fuck. Holy shit, Digga, das... Ich schwöre, ich hatte doch nie so Angst. Say something. Rebeca, sag bitte. Ich bin ein Mann. Ich bin verdammt noch mal... 28 Jahre alt geworden. So ein fucking... Möchtigeren-Titan kann mir gar nichts. Wir laufen jetzt vor und wir finden Rebeca, meine Freundin. Wir laufen jetzt vor und wir finden Rebeca, Leute. Rebeca, wo bist du? Rebeca. Hey. Ich hab keine Angst vor dir. Ich hole Rebeca. Ach du Scheiße. Ich hab keine Angst. Wo ist Rebeca? Da hinten, ich seh was Rotes. Ihr Handy klingelt irgendwo. Da vorne auf 12 Uhr. Ihr Handy klingelt. Die Rebeca ist vorne. Rebeca, ich hab dich. Ich werde dich um jeden Preis retten. Ey, mach doch das Licht an. Scheiße, da läuft jemand. Wie mach ich das Licht an? Scheiße, ich kann kein Licht an. Mann, ich bin hier hängen geblieben. Hey, wo ist sie? Boah. Wir gehen rein. Oh mein Gott. Rebeca ist eine Nutte. Sie arbeitet im Rotlichtmilieu, ha? Also das hätte ich ehrlich gesagt nicht von Rebeca erwartet. Wirklich? Oh, da geht's vor. Da geht's vor. Da geht's vor. Ach du Scheiße. Was? Bin ich irgendwo auf irgendwas getreten, Alter? Was ist das für ein Schatten? Rebeca, ich hab dich gleich. Scheiß auf Rebeca. Scheiß auf sie. Was ist denn jetzt los? Hä? Ah, fuck. Hallo? Warte mal, ich kann meine Maus nicht bewegen. Wir gehen runter. Oh, ich bin... Achso, nee. Ich bin in der Luft. Es ist viel zu dunkel gerade. Rebeca, komm bitte. Ich wollte... Wir hatten gerade, by the way, nur einen Autounfall. Warum bin ich hier gelandet jetzt am Ende, Mann? Ich hab das Spiel... Ich komme, Rebeca. Ich komme, ich rette dich. Rebeca. Rebeca, ich hab dich. Warte mal. Die Schlampe geht nicht ran. Und ich versuche, sie zu retten? Krass. Egal. Rebeca, ich komme trotzdem. Ich bin in der Friendzone, aber ich komme. Oh, oh, ich glaube, irgendwas ist hinter mir. Das ist nicht Rebeca. Doch, das ist sie. Hey, Rebeca. Wow. Du kannst Kamasutra also. Mann, ich kann mich nicht bewegen. Das Spiel hängt voll. Nein. совschtebye. Huuu. Die Schlampe.